Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ich die Abschlussprüfung 2015 A3 gerechnet hätte. Die Angaben findet ihr hinter diesem Link. Das ist ein Link, der zum isb.bayern führt. Dort findet ihr alle Angaben und auch alle Lösungen von den Abschlussprüfungen über mehrere Jahre hinweg. Es handelt sich bei der Abschlussprüfung um eine Aufgabe, die fünf Punkte gibt und es geht um eine Logarithmusfunktion. Die ist eigentlich relativ leicht. Dazu schlagen wir am besten die Formelsammlung auf Seite 34 auf. Da steht nämlich genau dran, wann man was berücksichtigen muss bei einer Logarithmusfunktion. Normalerweise steht an dieser Stelle, wo x plus 2 ist, steht ein x und das ist genau der Bereich, der definiert ist. Und beim Logarithmusfunktion ist es so, dass der Definitionsbereich, also x, die man einsetzen darf, alle größer als 0 sein müssen. Das heißt, der Bereich ist bei uns jetzt nicht x, sondern der ist x plus 2. Der Bereich muss größer als 0 sein. Dementsprechend muss er größer als minus 2 sein. Denn x plus 2 muss größer als 0 sein und wenn ich dann den 2 auf die andere Seite rüber bringe mit minus, steht dran, x muss größer sein als minus 2. Das heißt, wir schauen uns immer an, was ist der Definitionsbereich in der allgemeinen Funktion und schauen uns dann an, wie verändert sich die Funktion, die ich in dieser Aufgabe betrachte. Bei der Aufgabe 3.2 soll man die Umkehrfunktion bestimmen und die nach y auflösen. Umkehrfunktion bedeutet, dass ich y und x vertausche, also umkehre. Das heißt, da wo eigentlich normalerweise ein y steht, schreibe ich ein x hin und dort, wo früher ein x stand, schreibe ich ein y hin. Und jetzt muss ich das Ganze nach y auflösen. Das mache ich natürlich später durch die Umrechnung in eine Potenz- oder Exponentialfunktion, aber zunächst muss ich mal den 1 rüber bringen, damit ich das machen darf, also x minus 1. So, und jetzt habe ich das hier dran stehen. Dafür müssen wir in die Formelsammlung auf Seite 18 gehen. Da heißt es nämlich, dass wir diesen Logarithmus in eine Exponentialfunktion umwandeln können. Das, was als Basis dran steht, das bleibt meine Basis. Das, was hier dran steht, wird in den Exponenten geschrieben und das ist dann das istgleich. Also bleibt stehen, y plus 2 ist gleich 2 hoch x minus 1. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Den Beweis haben wir ja schon gemacht, aber so wird das Ganze quasi umgerechnet, so dass ich aus dem Logarithmus rauskomme. Und das muss ich hier machen, weil ich ja nach y auflösen möchte. Denn jetzt muss ich nur noch minus 2 auf beiden Seiten rechnen. Und ich kann schreiben, also ich habe hier das minus 2 rübergebracht, dann steht dran 2 hoch x minus 1 minus 2. Und dann habe ich das y nicht rechts stehen lassen, sondern einfach nach links geschrieben. Und jetzt habe ich das Ganze nach y aufgelöst, als Umkehrfunktion geschrieben. Und bei der Aufgabe 3.3, da hat der Graph eine Gleichung, die jetzt ein bisschen anders ausschaut, nämlich so. Und wir sollen rausfinden, wann der Graph, wann diese Funktion oder diese Gleichung den Graphen der Funktion auf der y-Achse schneidet. y-Achse schneidet, das heißt so viel wie, dass mein x-Wert 0 ist. Da müssen wir uns nur kurz überlegen. Bei der x-Achse sind meine y-Werte 0 und bei der y-Achse sind meine x-Werte 0. Das heißt, ich setze im Endeffekt beide Funktionen gleich. Wann sind sie gleich und wann ist der x-Wert gleich 0? Also setze ich einmal hier 0 ein und beim anderen setze ich auch mit 0 ein und setze es gleich. Denn, und das ist es ja, es soll der Schnittpunkt berechnet werden. Und Schnittpunkt berechne ich, indem ich beide Funktionen gleich setze. Und die zweite Bedingung war, dass dieser Schnittpunkt auf der y-Achse liegen muss. Also muss mein x-Wert 0 sein. So und jetzt ist das Ganze nur noch eine Umformung. Das heißt, hier ist der Logarithmus 2 zur Basis 2. Hier ist der Logarithmus a zur Basis 2. Den 1er habe ich schon mal rüberbracht und diesen Bereich habe ich nach links rüberbracht, dass ich alle Logarithmen zusammenschreiben kann. Da kann ich jetzt theoretisch ein Logarithmusgesetz anwenden. Wenn nämlich die Basis identisch ist, dann darf ich, wenn ein Minus dazwischen steht, die beiden hier dividieren. Das heißt, die Basis bleibt identisch, aber das da hinten, ich kann es zusammenfassen zu 2 durch a. Also nochmal, wenn die Basis identisch ist und ein Minus zwischen den beiden Logarithmen steht, dann darf ich das da, was da hinten steht, dividieren und die Basis belassen. So und jetzt kann ich das Ganze noch umrechnen. Das gibt es ja auch auf der Formelsammlung Seite 18. Wir machen quasi das rückgängig, was wir hier gemacht haben. Das heißt, 2 hoch 2 ist gleich 2 durch a. Das ist meine Basis, das ist jetzt mein neuer Exponent und das ist 2 durch a. Also steht dran, 2 hoch 2 ist gleich 2 durch a. Ich bringe das a nach links, dann steht dran, 4 mal a ist gleich 2. Also dividiere ich noch durch 4 und dann steht a gleich 0,5 dran.